Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Race Driver Grid Und wie gesagt machen wir jetzt die GT1 Meisterschaft Und wir legen sofort los 5 Strecken Washington, Shibuya, Istanbul, Yaramah und Long Beach Nur Japaner hier, was sonst? Und wir legen sofort los 4,5 Millionen Oh, nächstes Auto ist Matten, Königsegg Corvette C6, Mosellago, Corvette C5, Salim Warte mal, 3,5, 4, 3,5, 3,5, 4, 3,5 Da ist bis jetzt die Corvette Und der Königseggung ist Ich würde sagen wir nehmen den Königsegg So Der letzte Part war ja Das ist perfekt gelaufen Aber mit diesem kleinen Fail da vom PC War das nicht so gut Ich würde dich nicht täuschen Er hat ein ganzes Haus voller Pokane Wieder ohne Raven Vest Okay Und Toms Lieblingsmeisterschaft Und jetzt in Washington Oh mein Gott ey Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Ich muss hier vorbei Oh, der Königsegg ist so geil Der Crash hat dich an die Stuhlstange gekostet Eieieiei, nur auf Platz 11 Oh mein, das wird jetzt ein hartes Rennen ey Schöner Rift Ach, Platz 12 ist draußen Oh, 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 oh Ich bin so schnell ab vorne ey Goddammit ey Ne, kann man gleich Neustand Oder direkte Wiederholung Wie wäre es damit? Alter, es ging hier ab ey Washington Ne, wisst ihr Scheißstrecke Genial Kollege, ich führe das Feld an Sehr schön Tom So gefällt mir das So wollen wir das sehen Das wird eh die ganze Kohle einsacken Das wird jetzt mal ne spannende Ne, so schaft Ey, was ist denn hier für ein Kackauto Boah ey Naja, kein besonders guter Staat Ich versorgen den Staat immer Die müssen die KI beim Danke ey Das hasse ich so Ich kenn schon wieder alles So, jetzt bitte Ach du Kack, was mach ich Alter, wie blöde ey Ich will ihn eigentlich wegbringen ey Und zwar der hier hinter mir Die Königse Boah, wie genau so Geht doch Ja, ja okay Geht mal ein bisschen Gas hier Okay, da Wo bin ich sie weg Äh da So, 6 da Gut, du bist auf Platz 6 Dankeschön Ich hasse diesen Curb Bis zum Ende ey Ich hasse diesen Curb sowas von ey Das ist der behinderte Curb Auf einer Rennstrecke Nicht je Wie bis jetzt gesehen habe Bis jetzt gesehen habe So, auf Platz 5 Meine Fresse Ist der denn so schwer Und die ersten Marken, die sind natürlich schnell Alter, wie der durchdreht ey So Ein Fehler gemacht und Eine Position gewonnen So läuft es doch Äh Bloß kein GT1 zum Schluss ey Der letzte Meisterschaft Ich glaube, ich weiß ja was danach Da bin mir nicht sicher Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall Du irgendeinen Raven Bestand Steht schon mal fest Oh, das war sehr knapp Ey, ich muss mir jetzt ein zweiter werden Um die Cola abzuschauen ey Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Oh Die dritte ist auch noch gut Aber zweite ist besser ey Aber dritten gibt es für den Den habe ich Okay Die Meisterschaft wird schwer entkommen werden Das sage ich euch ey Der erste Platz ist in Sichtweiter Platz nicht nach Der erste Platz ist in Sichtweiter Das ist unser Teamkollege, man Der kann ruhig da vorne wegfahren Hau ab Gras Danke Okay Sieg Aufgezeichnet Ich habe das Rennen gewonnen Kumpel Ganz stark, ganz stark Das war eine tolle Leistung Du bist zweiter So, okay Das sind wohlverdiente 20 Punkte für unseren Tonnen Der nimmt natürlich alles mit Aber wir kriegen 100.000 weniger Das ist nicht gut 200, 500 Seht doch Und da ist der Reuters für 100.000 624.000 Boah Und er kriegt nochmal 100.000 dazu 726 Boah Shibuya Lass dich nicht täuschen Er hat ein ganzes Holz vor der Pokale Bradley James Das ist vier Rücken hier Ach du Kacke Du Scheiße Ich bin schon wieder Seher Perfekt Und Tomo wieder auf der 1 Das geht mit ihm ab Also Shibuya ist so Ja, das kleine Tokio Würde ich mal sagen, oder? Die Shibuya ist auch schon eine große Stadt Aber Tokio ist noch ein Stückchen größer Hier vier Runden, ey So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Oh, Wunder 1 Bände Eher auf der 2 Ich habe auf der 1 Das ist doch wohl Ein sehr sehr schönes Ergebnis Oh, Tomo Ey, nee, 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 nee Jetzt haben wir keinen Vorsprung Mindestens vor einer Sekunde mehr Ich glaube nicht So, Wunder 2 Bände So, jetzt Leute, jetzt fahre ich eine 42er Pass auf Okay, ich fahre keine 42er Aber ich wollte es versuchen Aber ich wollte es versuchen Ich habe es ein bisschen zu Zu toll mit der Hand Und so umgedrückt Schöner Drift Einmal frei Toll Ich fahre ich eine 42er Mal lachen, ey Ich fahre eine neue Weltrekorde Ich fahre eine 44er So, komm Ja, ich fahre ich eine 42er Ja, 44, 53 Ja, ein super Rennen Ich habe es auch gesagt So Wieder 1er Wieder 1er Nee, das erste Mal Das erste Jetzt kriege ich die 7.000 Oh, Mann, ey Er kriegt 600 Okay, ist trotzdem Mengen Geld, ey GTA 1 könnte man öfters Nichts ein Spiel bringen Nein, komm, dein Erfolg In der letzten Saison beeindrucken Du kannst ihn schlagen Okay Den interessiert gar nicht Ein König 6 sieht da noch mal so geil aus Okay Das hat mir nicht so viel geholfen Komm, ja, tut mir leid Strafe, Codemaster, wo seid denn hier Ey, jetzt hat bei Form 1 schon längst eine Strafe gegeben Durchfahrenstrafe Okay Dummeleid Ach, du kacke, die Gruppe habe ich immer gar nicht gesehen Die Gruppe hat sich auf den nächsten Platz vorgeschoben Okay, okay, okay Das liegt wirklich an Full HD, dass das mit dem PC ist Nicht so genau, ey Ich weiß nicht, kann sein, das ist zu warm Oh Gott, ich dachte, das wäre schon Tom Ja, ob der Heizung Okay, ob der jetzt läuft Also, kein Problem Ich werde dann nachher sehen, ob ich zum Problem bekomme Wenn nicht, muss ich mal die Heizung werden ausmachen Scheiße So So Hier können wir rein Tom auf der 2 John McCormand Auf der 1 Drei Runden, was? Okay Eine Runde dauert doch knapp Nur über eine Minute Das müssen wir jetzt aufpassen Die Kurve wird eng Eng ist die Bahn Hey, ich bin in Führung Lang nicht mehr, dann bin ich durch da Ja Doppelführung Oh yeah Ah, den Tom gefällt es, ey Das ist doch seine Meisterschaft So Letzte Runde Windschat Und tschüss Platz 1 Saubere Überholung Perfekte Überholung Manöver Und jetzt, wegziehen 36 FPS, ey Was geht hier ab, ey PC Ich hab Das ist ja Bestimmt sehr gut behandelt Wow Da war mal so ein Ingame-Lag Ich bin mir nicht sicher Ob ich Windows 9 installe Ey, Tom jetzt Zieh ab Nein Hau ab Kusch Nee, da bin ich Dieser Ingame-Lag Hat ihn wieder nach vorne gebracht Das gefällt mir nicht Aber auf jeden Fall So gründer ist Mouchon Racing Sehr schön Immer Doppelsieg Egal wer Ey, wie ziehen die so ab, ey Und Leute Ich bin auf der höchsten Schwierigkeitsstufe Es geht nicht schwerer Ja, wundervier So, noch zwei Strecken Dann haben wir's geschafft Tom ist auf der 6 Wir sind auf der 10 Dankeschön Ich hab dich im Rückspiegel, Kumpel Bin direkt vor dir Ja, ich seh dich No, was macht ihr denn da Also Tom, überhol mal da Richtig, richtig Überhol die Spaß, dies Oh, der ist weg Der hat zu farb viel Ich mach da nüchst Und so fährt man ganz leicht Immer weiter nach vorne Oh, Bradley James ist da vorne Auf der 1 Auf Platz 2 Genial, Kollege Ich bin auf Platz 3 Platz 2 kennt keiner Und jetzt sind Windscheine Und tschüss Tom Okay, nicht tschüss Ah, jetzt haben wir's Und Wieder sind Platz 2 Ah, Key war das Ah, das war Alex Price Und Tom ist auf der 3 So, Bradley James Du willst jetzt Auf Platz 3 rutschen Hab ich's so gehört Von den anderen Fahrern, ja Ja, klar, okay, dann Komm ich mal auf Platz 3 Bin schon da So Okay, wir sind ja gerade mal In der zweiten Runde Runde 3 gibt's ja auch noch Weißer, noch zweiter Part Mit dem Porsche hier lang gedienst Ah, das waren noch Zeiten, Leute Und heute kommen Ray Ich, Trevor, good boy Richtig, richtig gut an Ich dachte, das wird Wird eigentlich nichts Aber doch Das hat Boah, ich richtig viel bewirkt Dafür möchte ich mich bedanken So Diese Bradley James kriege ich einfach nicht Ja Nein Er ist ja fast abgeflogen Oh Boah Ich will, dass Tom und ich Wieder auf Platz 1 und 2 sind Damit wir wieder Das gleiche an Geld bekommen Komm Tom Oh Mann Alter, ich dachte, wir aufs Gras sind Wir haben gleich weggerutscht Aber leider nicht Zum Glück nicht Mann Hau jetzt ab Nein Oh, nein Knapp Oh, hau los ab Oh Mann Okay, Platz 2 Ist doch heute schon Aber da war Bradley James eindeutig besser Hey Bradley James Er nennt sein eigenes Team Bradley James Motorsport Trotzdem für Platz 2 immer noch schön money Und er? Naja Immerhin 487.000 Letzte Strecke Long Beach Der kann mir mal Okay, letzte Strecke Die stand von der Öl Und es geht weiter geradeaus Nicht sofort nach rechts Boah Boah, ist mir die Jahnbremse Ich bin jetzt aber Tom 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 war der Fehlerauslöser Haha, so lustig aus Dein Abstand zum Dritten beträgt nur 2 Sekunden Ach, wir sind ja vom Vierter Und Bradley James wieder vorne Das gibt's ja nicht Du bist gerade auf Platz 4 vorgerückt Boah, Alter war das knapp Ganz knapp an der Wand vorbei Und einmal Platz 3 Und Platz 2 überholt Dein Wagen ist etwas herbeilte Zummer noch halb so schlimm So, mein lieber Bradley Ich komme hin Wie heißt das? Ich komme zu dir hingeeilt Hier sind auch wieder drei Runden Ui Meine Tür ist offen Und tschüss Bradley Weiter so Und du führst das Zelt an So Okay Okay Ach, wir sind aber nur der 2 Okay So Tom auf der 3 Das ist doch schon mal richtig gut Was der das Jetzt, äh Der war vorher auf Platz War der, glaube ich Jetzt ist er auf die 3 vorgefahren So Letzte Runde Hier in Long Beach, Kalifornien Schöne Stadt Da war man Kuppel von meinem Bruder Okay, mein Bruder ist 10er, Alter Ähm Der war schon mal hier in Long Beach Der arbeitet Der arbeitet Der Weiß nicht, aber irgendwas mit Schiff Der war schon überall auf der Welt China Thailand Oh, USA Was weiß ich Überall schon Und Da war in Long Beach Und Ja, da hat er Da Sind sie mit dem Schiff drüber gefahren Und das hat sehr lange gehört Stimmt, zwei Die haben dort so eine Schiffreise rüber Früher haben die da fast zwei Monate dran gesessen Ich glaube, da haben die auch schon ein bisschen gebraucht So Ein Monat bestimmt So Auf jeden Fall Er hat jetzt gewonnen Du hast dir das Rennen und die Meisterschaft geholt Sehr schön Er ist auf die 2 gefahren Ach, wie geil Schön Wirklich schön Sechs Punkten Vorsprung haben wir Alle abgezogen Hehehehe Und neue Sponsoren wieder Und jetzt zuckt der PC nicht rum Ein Glück Dankeschön Alter Irgendwie viel Geld bekommen wir diesmal Boah 83 Millionen Ey Ey T&T THL Oh, deutsche Hurenlaster Hm Alter, ich sag jetzt Das wird jetzt so viel Geld bringen Passt auf, ey Ha Alter Alter Was ist denn das für Scheiße Alles ohne Schäden Könnt ihr leider vergessen, ey Toll Bring schön Geld Aber nee Nichts für mich, ey So Noch zwei Meisterschaften, Leute Und dann hätten wir Der Raced Zweig Fast beendet Dann kommt natürlich noch das finale Duell So Auf jeden Fall geht's dann im nächsten Part weiter Mit dem Drift Capri Ich weiß nicht, wie viel Wartet Bei sechs gibt es einen Direktvergleich mit Ravenvest Motorsport Solche Rennen locken fette Sponsoren an, die dicke Preisgelder mitbringen Sich so einen Vergleich zu verdienen, lohnt sich also allemal Genau, was sie gesagt hat, diesen Wenn man jetzt alle geschafft hat, dann kommt dieser Vergleich gegen Ravenvest Ich geh mal kurz hier rauf Ähm Okay, Long Beach, Washington, Nürnberg, Mailand, Spar Oh Gott Nee, das wird mir echt Okay, dann kommt dann Ähm Nächste Woche Samstag Denn nur ein kurzer Part 4 von Drift Capri Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen Das wird ein bisschen dauern Auf jeden Fall geht's dann im nächsten Part weiter hier mit den Drift Capri Und dann morgen Äh Äh, nee Dann am Sonntag Nächste Woche Sonntag Dann mit der Prototyp-Meisterschaft Und dann Also jetzt von Jetzt aus in zwei Wochen Dann Äh, von gestern In zwei Wochen Dann das finale Duell gegen Ravenvest Und der letzte Part von Race Driver Grid So, dann bis nächste Woche euch noch eine Hohesame Woche Seid brav in der Schule Und bis zum nächsten Mal